Musik So, diese Aufnahme mache ich jetzt schon zum zweiten Mal, oder zum dritten Mal, ich weiß das nicht. Aber mir juckt es auf jeden Fall in den Fingern. Und deswegen machen wir auch gleich weiter mit der Salt Factory, also die Salzfabrik. Nein, Mensch, girl! Mach dich auf den Weg, Held. Der Factory. So, wieder 20 Level plus ein Endboss Level, die auf uns warten und ich starte gleich mit The Pit Stop. Mit Meat Boy. Oh boy. Ja. Ähm, das war ziemlich langsam. Ja, das muss irgendwie schneller gehen. Ähm, irgendwie so, ja. Ganz easy eigentlich. Zack. Zack. Und Grady. Easy going. Wo muss ich hin? Ich fall einfach mal runter, hole die Bandage. Ah, das ist also alles Salz. Ja. Wie die Salt Fabrik oder Salt Factory wahrscheinlich auch vermuten lässt, dass das Salz ist. Eieieiei. Gut, die ist aber glaube ich einfach zu holen. Also, sagte er und starb. Nee, aber ich denke mal, das sollte jetzt nicht so das Problem sein, um die Bandage unten zu kommen und das Level abzuschließen. Innerhalb von zehn Versuchen. Zehn Versuchen. Da haben wir die Bandage. Du hast acht Bit Meat Boy freigeschaltet. Ah, das ist also acht Bit Meat Boy. Ach, wieso springe ich denn nochmal runter? Muss ich doch gar nicht. Ah, jetzt ruckelt's nochmal kurz, aber es fängt sich grad wieder. Sehr schön. So, Grady. 8,3. Ich war da knapp drunter, oder? Ich war bei 8,2,1. Naja, knapp, knapp, aber geschafft. Ah, das kenn ich. Sogar noch aus der Demo. Alter. What the fuck? Irgendwie spinnt mein Spiel jetzt hier manchmal rum. Keine Ahnung warum. Lol. Verrückt. Manchmal geht's und manchmal spinnt's rum, verstehe ich nicht. Naja. Ob ich trotzdem abgeschlossen. Boots, boots. Na, ups. Hä? Na, aber wie soll ich die denn kriegen? Das war zu weit. Das war echt dumm. Da war zu viel Schwung drinnen. Nochmal. Hä? Da war zu viel Schwung drinnen. Ich denke mal, das muss ich mit einem anderen Charakter machen. Fuck. Das war's eigentlich schon. Das war low. Komm, tötet mich, tötet mich. Das war auch low. Und welchen Charakter sollte man das denn machen sollen? Äh. Welchen Charakter soll man das denn machen? So. Easy going. Zwölf Sekunden. Läuft bei mir. Da ist eine Warpzone. Ach so, brauche ich ein Schloss. Muss erstmal gucken, wo der Schlüssel ist. So schon mal nicht. Wui. Wui. Hä? Wo ist jetzt der Schlüssel? Hallo, lieber Schlüssel. Hä? Ich blicke gerade den Schlüssel nicht. Hä? 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 Leute, könnt ihr mir da weiterhelfen? Wo ist der Schlüssel? Warte, jetzt muss ich nochmal gucken. Nee, das ist doch gar nicht. Da muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Ich seh's schon wieder nicht. Leute, wenn ihr wisst, falls ihr ihn seht. Ich finde ihn jetzt gerade wirklich nicht. Wenn nicht, muss ich nochmal nachgucken. Aber falls ihr ihn sehen solltet, schreibt's doch bitte einfach mal in die Kommentare. Vielleicht ist er auch unsichtbar. Aber das wäre ja Quatsch. Sollte der denn unsichtbar sein? Genau. Schreibt's ihm wie gesagt einfach in die Kommentare, falls ihr wisst, wo er ist. Falls ihr ihn seht. Also ich seh ihn jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Aber ich würde die Wobson schon gerne machen wollen. Und wenn nicht mal Grey Day. Krass. Ups. Ups. Grey Day. Okay. Ich guck jetzt nochmal. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Und die Map kenne ich auch jetzt, wenn ich sie da gerade so sehe. Ähm. 9%. Das haben wir schon gesehen. Tam, tam, tam. Wo war ich jetzt? Hier. Ach, Pitney Boy. Ach, Pitney Boy. Vielleicht gibt's irgendwo... Ach, der fällt da runter. Nala, aber. Da ist er. Da musst du erst mal sehen. Krass. What? Oh. Der liebe Flo, der zockt nämlich gerade FIFA mit der Facecam. für die, die ist da... Was zur Hölle? Ah, 8 Bit Meat Boy. Ja, Flo, der... Genau, der zockt gerade FIFA mit der Facecam online auf dem PC. Und da hat er mir gerade geschrieben, dass er einen Pokal gekriegt hat. Gegen mich verliert er immer, dieser Loser. So, jetzt hat's nochmal kurz geruckelt. Das hab ich jetzt in letzter Zeit irgendwie öfters. Ich weiß gar nicht, woran es zusammenhängt. Äh, womit es zusammenhängt. Tut mir auch leid. Ja, grinsender Meat Boy. Das sieht... Ey, das... Das sieht aus. Ob man auf den ganzen Block landen könnte. Aber kann man irgendwie... Krieg's ja nicht mal hin! So, und jetzt? Laber. Hä? Hä? Böp! 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 Ja, keine Ahnung, warum das so ruckelt. Hm... Hä? Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich such schon mal nicht. Oh, spring doch einfach ab! Und immer, wenn ich in die Stadtwelt komme. Das ist ja scheiße. Hm... Kann der doppelt springen oder so? Nee, kann er ja gar nicht. Okay, dann machen wir das erstmal ganz normal. Wie komm ich da hoch? Hä? Oh, trollololololololol! Ey, geh mal nicht auf den Keks, Mann! Was soll das denn jetzt? Oh, fuck! Pisse aus meinem Arsch! Aus, aus, aus! Meinen Arsch! Pisse was? Soll soll das? Oh, leck mich, Bandage! Aber wie soll ich denn... Musst du bestimmt den übel zicken Gangsterspruch hinlegen. So wie ich es natürlich wieder mal nicht kann. Ja, was... Ist das denn? Was soll ich da denn machen? Ähm... Der Beat geht gut ab jetzt. Ja... Ach, ich lass sie jetzt erstmal. Ich will noch ein bisschen was zeigen. Nicht schon wieder am selben Level rumgambeln. Wir spielen weiter mit Me-Boy. So, die kenne ich zum Glück auch noch ein bisschen. Das heißt, ein bisschen... Die kenne ich sogar noch ziemlich gut. Easy going. Noch ne Warp-Song, aber wo die ist... Wahnsinn! Oh! In der Spitze hängen geblieben! Hä? Und da verschwindet die auch noch! Labert! Hä? Oh, ich muss erstmal gucken, ob es da irgendwo... Fuck! Ob es da irgendwo noch einen Zugang gibt. Ey, das wird ja immer verrückter! Ach, booy! Ach, er springt halt so weit. Ich weiß nicht, ob ich dafür... Schon wieder rucklau... Ich dafür andere Charaktere brauche. Aber was... Wie soll ich denn da... Das haut doch nie nimmer hin! Ich schaffe ja nicht mal die einfachen Sprünge! Nee, das... Hä? Wahrscheinlich mit Commander Video. Das könnte hinhauen. Oh, die Legs gehen ja schon wieder ein bisschen auf den Keks gerade. Was soll das denn? Was ein sicker Move! Ähm... Nee, das... ...dur ich jetzt... Zurück zur Karte... Kukla des Todes... Also, hätte ich ja vielleicht Commander Video mal nehmen können. Aber ich wollte eigentlich was anderes gucken. Da gibt's... Ähm... Charakterwechsel? Wo ist er denn? Commander Video... Ja, das geht ja gar nicht anders. Das geht ja nur mit ihm. Wollte ich jetzt... Gnadenlos vermuten. Oh! Böp... Woll... Ja, ist halt übelst langsam. Der fliegt gar nicht so weit wie Meat Boy. Krass. Ja doch, ich glaub, das muss ich mit dem Commander hier machen. Mit dem Commander Video. Und das wird auf jeden Fall nicht leicht. Heißt woher. Irgendwie so muss ich da rüberkommen. Krass. Das wird auf jeden Fall nicht leicht, glaub ich. Fuck! Bye, bye! Neee... Ich muss perfekt unten an der Kante hängen bleiben. Und klappt das hier nicht. Fall. Fuck, jetzt hab ich schon einmal gedrückt. Also, noch zweimal. Und dann geh ich nochmal ein bisschen weiter. Und dann ist es auch für heute erstmal gut. Mit Super Meat Boy. Meine Nerven sind jetzt schon plank. Da ist die schon lange weg. Na mein Tier, mein Gutter. Nee, da ist mir das jetzt auch zu doof. Das mach ich mal irgendwann. Vielleicht halt so die letzten Videos. Also das ist mir jetzt echt ein bisschen zu dumm. Die Zeit hab ich noch. Joa, geht noch was. Oh, mit Raketen. Jetzt geht der Spaß hier nämlich vorwärts mit Raketen. Aber auch nicht sonderlich gute Raketen. Easy going. Ah, das kenn ich auch noch aus der Demo. Die haben doch mehr Level genommen als erwartet. Fuck. Also muss ich, stelle ich jetzt grad so fest, dass die doch mehr Level genommen haben oder aus verschiedenen Sektionen die Level genommen haben als erwartet. Fuck. Jawoll. Bamm. Und Grady. Was geht hier so schönes? Gut. Weh. Das sollte... Das geht aber irgendwie. Zurück dann. Bamm. 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 Ah, das war knapp. Die... Die krieg ich. Hups. Bandage. Get. Und mach Grady. Easy peasy lemon squeezy. Oh. Das ist aber nicht schön, dass das so ruckelt. Sehr... Äh, die kenn ich auch. Deswegen weiß ich auch, dass hier hinten so eine Bandage kommt Und ich sie komplett verfehle Du Scheiße So, now I got all the time of the world Bandage wert Nice, der Scheiß Und jetzt nochmal nach Zeit Easy Habe ich in der Demo bestimmt 200.000 Mal gespielt Oder was? Ha, lol Das wird bestimmt noch richtig hardcore, Alter Ich merke, das kann ich mir richtig vorstellen Ähm, jetzt wollte ich aber noch was ausprobieren Wo ich hier gleich zur nächsten Welt komme Ja, sorry Ich muss mich nochmal entschuldigen für die Lags zwischendurch Also Ich weiß echt nicht warum Wahrscheinlich macht der Computer wieder Oder er muckt wieder rum Aber das kann ich jetzt leider nicht ändern Und Geschafft Lall Schubs Achso, achso Na gut Ah, dann mach ich's nochmal Ich dachte, da kommt auch nochmal so eine Bandage Vielleicht hinterher Genau reingesprungen in diese Lächer Die ist sehr geblatt Ach, da sterbe ich auch Fuck Ey, immer diese kleinen Ruckler zwischendurch Was soll das denn jetzt, wenn einmal die ganze Zeit funktioniert Ach, jetzt stelle ich mich auch wieder an oder aus So, Mensch Vielleicht hätte ich den Computer einfach nochmal neu starten sollen Ich hatte nämlich davor mit der Aufnahme schon mal irgendwie Probleme Da hat es einfach auch hardcore angefangen zu ruckeln Was geht hier? Okay Okay Kreislauf der Segen Und Salz Salz Und Und Muscatus Wer kennt's? Luis Defones Gut Geschafft Platforming Hier Okay Ja Ja, das geht Das geht Ja, lol Ist jetzt Ich will gar nicht wissen, wie das in der Dark World aussieht Obwohl doch Ups Eigentlich bin ich jetzt ganz schön gespannt Hey Oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaube, das wäre ein Level für die Headcrap Wie viel Zeit habe ich noch Gut, kann noch ein bisschen Das Ziel macht Geräusche, ey Nochmal 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 Nooos, den krieg ich Nicht schnell genug. Genau. Ist das sinnvoll, was ich hier gerade mache? Nö. Einmal direkt durchgefallen. Oh, die ist mir zu langsam. Das dauert ja ewig. I swear. Entschuldigung. Der springt jetzt wieder so weit. Ups. Zerdrückt. Das geht. Da komme ich ganz schnell hin. Muss ich da noch ein bisschen beeilen. Fast. Und? Ach, Pisser. 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 Du bist da. Pisser. So, easy going Achso, da geht's gar nicht rein Achso Oh, du musst ja erstmal blicken, wo es hier lang geht, ey Hä, und da ist der Wop-Sound Krass Bleh Ogmo From Jumper Yeah, geil Oh, Dick-Chick abgeschleppt Ja, ist Ogmo von den Jumpern Okay, das ist aber schaffbar Ah, vielleicht muss ich auch mit ihm die Bandage, ähm, Quatsch, die Warp-Warp-Warp-Zone Also diese Fun-Fuck Diese, ähm, Fähigkeit ist auf jeden Fall nützlich Also die ist wirklich echt sick nützlich Genau Ähm Fuck Fuck Fuck, ne Ne, noch ein Stückchen weiter Hey, ich drück doch aber immer schon Nose Oh Warte mal Ohne Rennen vielleicht Ne, das ist kurz Ups Ey, da unten bleib ich jedes Mal an der Stachel da hängen Das 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 bricht mir doch das Genick, ey, ich schwör Ich Krieg gleich ein zu viel Ich muss ja rum, bedenkt in die Wop Oh, immer an derselben Stelle Äh Küss mir den Boah Meine Fresse, Alter Oh mein Gott Ja, behinderte Drecksscheiße Mit einer wirst du einfach ultimativ schnell Ja Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen Jetzt habe ich so halbwegs raus, sage ich mal Jo, genau so Yes What the fuck Sorry Die 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 Nein! Ich werde dann immer so schnell da oben hin. Nope. Nope. Oh, ich krieg ein zu viel. Oh, ich komm doch gar nicht dran. Was willst du denn? Ohne Spaß. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nee. Oh nee, ich hasse solche Sprünge. Oh. Ich krieg's Katzen nach. Oh, ich will nicht mehr. Ich war schon ganz unten. Ich hab doch gedrückt. Warum sprich ich denn nur nach oben? Hallo. Huh. Tut mir leid, Meat Boy, aber wenn ich... Ogomo von Jumper. So, liebe Leute. Das reicht mir erstmal. Genug Meat Boy für heute. Ich bedanke mich für's Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Super Meat Boy. Und tschüss. Wahnsinn, du hast dir das Video bis zum Ende angeguckt und mir ist gerade der Text eingefallen und du hast Zeuge dieses legendären Outros. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einfach ein Feedback da oder abonniere uns sogar, wenn wir dir gefallen haben und schau dir einfach mal die nächsten Videos an. Oh, ein dicker Versprecher, aber das macht nix, ich mach einfach weiter. Ist mir scheißegal. Und hier... Und hier... Aha, genau, hier. Die fetten Playlists, Junge. Guck dir die Playlists an, hier, schau einfach mal durch, was dir gefällt. Wie gesagt, abonniere uns, falls wir dir gefallen haben. Du kannst uns auch gerne deine Kommentare sagen, ob wir gut waren, was wir verbessern müssen. Und ja, das war's dann. Subscriben kann er auch noch. Siehst du den Button nicht? Nein. Für was bezahle ich dich eigentlich, Aura? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis in der nächsten Folge auf BTV.